Ja, Hallöchen meine Freunde, willkommen zu einem neuen Let's Play Together von mir. Und zwar ist es das Online-Casual-Game Co-Fever. Und wir stellen es als Let's Play rein. Wir, das bin ich, der DJImit123, der Axo666. Hallo. Und der Scorch123. Tag. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir jetzt gleich mal das Spiel. Ich habe hier gerade so. Okay, Chris, wir starten dann das Spiel, ne? Okay, gut. Ja, alles klar. Also in dem Spiel hier muss man eigentlich, das ist wie Snake. Also Snake in groß. Und ja. Lustiger. Wesentlich lustiger. Man muss halt hier in die anderen nicht, also man muss versuchen, sich nicht in die anderen reinzucreationen, sozusagen. Und es gibt hier halt auch so Power-Ups und so. Und jetzt sagt man auch mal was. Ja, was dann? Mein Name ist Christopher. Ja, keine Ahnung. Stellt euch mal vor und so. Ich habe ja jetzt schon genug gequatscht. Ich bin jetzt die Farbe Blau, und zwar der Axo666. Und ich werde halt am Ende des Spiels jedes Mal gewinnen. Also so sind die Regeln halt. Ja, ja, werden wir ja noch sehen. Und Christopher müssen wissen. Also ich bin hier der grüne Riesen-Fleck. Ich bin... Und... Ja. Was soll man sagen? Christopher labert Phil, der wird nicht gewinnen. Der wird wie ein kleines Baby weinen, weil er verliert. What the fucking! Und dann will er das Spiel nebenher spielen. Ja, genau. Das sind alles natürlich Sachen, äh... Ja, ach so, meinst du das mit dem Geld und dem Geld... Auf dem Geld, auf dem Geld kommen, ja. Hey, das ist ein Videobeweis hier, ja? Ja, und ich bin halt der orangene Klumpen, ja. Das war nicht zählt. Ach, ich fahre natürlich gegen meine eigene Wand. Sehr schön. Ach, Christoph. Oh, Christoph führt, alles klar. Also Scorch 1, 2, 3. Das ist was Neues. Ja. Christoph, du bist ein wirklich guter Spieler. Glückwunsch. Oh, jetzt fängt der Axo666 an, aber an, hier einen auf Gentleman zu machen. Ja, sowieso das stimmt. Das ist das jedes Mal, wenn wir zusammen spielen. Hallo, was soll das jetzt sein? Hat da niemand beigebracht, dass man nicht lügen soll? Ja. Du, ein Gentleman. Ja. Haha. Du bist ein dreijähriger Hosenscheißer, ist mehr Gentleman als du. Nein. Nein. Ja. Fick dich. Ich bin das erste Mal gestorben. Nein. Dann noch. Oh. Komm ich hier durch? Ja, ich komm da durch. Du kommst nirgendswo durch. Ja, nein. Oh, fick dich doch. Also jetzt mal für die Zuschauer. Das war jetzt ein Power-Up-umgekehrte Steuerung. Das halt, wie der Name sagt, Steuerung umgekehrt wurde. Ja. Und der grüne Fleck hatte halt die rote Schildkröte genommen, die den Gegner langsam macht. Richtig. Sebi, das war aber nicht Lantman-like. Oh, leck mich doch. Was? Ne, also Sebi. Also halt die roten Power-Ups beeinträchtigen Gegner und die grünen beeinträchtigen einen selber. Genau, oder. Jeder Blitz, die bis jetzt höchstwahrscheinlich schulden wird, gehen es schnell. Sie gehen halt auf Speed oder so, oder ja. Finger weg von Drogen, Kinder. Genau, Finger weg von Drogen. Da nehmt es. Außer ihr seid alt genug. Noch eine Lebensweisheit. Nicht pervers werden. Hier drin im Spiel kann man nämlich seltsame Sachen malen. Nicht pervers werden. Die nächste neben zwei seid. Außer wie ihr sie, liebe Zuschauer, ich bin am vier. Wie ihr seht. Moment, ich guck nochmal ganz kurz. Ja, die Aufnahme läuft. Okay, alles klar. In welcher Farbe bin ich nochmal? Ach ja, grün. So, gut. Ich musste kurz gucken, ob die Aufnahme noch läuft, aber die läuft noch. Ist alles gut. Ach ja, und hier das Power-Up, die drei Kreise. Also, das bringt rein gar nichts. Das spawnen mehr Items. Echt? Ja. Oh, da hat sich jemand informiert. Ja. Cheater. Oh, ich bin langsam. Oh nein, 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 Chris, auch. Nein, 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 loser. Ah, das war knapp. Ich bin voll fett am verlieren. Ja. Das geht doch so mal gar nicht. Nein. Doch. Jetzt ist alles Dickmanns. Ja. Bist du dir zwei Euro verdienen. Wir haben eine Schachtel Fralin. Ich denke, dass du so auf der Gamescom von dir noch Geld hast. Ja. Äh, genau. Nein, 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 nein. Ja. Ja, genau. Wir sind alle auf der Gamescom. Also, ja. 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 Na ja, ob ich hingehe, weiß ich noch nicht. Vielleicht gehe ich mir nicht 18,000, mit sich was richtig steht. Also, wenn du gehst, dann sag mir Bescheid, weil dann gehe ich schon mal nicht zur Gamescom. Grüß, du kommst nach, du kommst zur Gamescom. Ja, nee, mal schauen. Wenn ich dich dazu zwingen muss, aber du kommst zur Gamescom. Du kommst nach Köln. Nee, ich habe eigentlich noch vor meinem 19. Geburtstag zu feiern. Und... Ach komm, so schlimm bin ich doch nicht. Nee, stimmt, du bist schlimmer. Oh, Mann. Ja, ich... Gamescom wird cool. Und da hat sich gerade oben... Da oben gerade einer selber. Das ist eine Lüge. Alles nur Gerüchte. Bui! 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 Es gibt kein Videobeweis. Es wird nicht auf YouTube aufgenommen. So, Chris, viel Spaß. Ja, äh... Viel Spaß! NSA gerade, ne? Das wird nicht aufgenommen. Wir haben das nicht abgespeichert. Ja, ja, genau. Loser. Sebi, du bist ein wirklich guter Spieler. Ja, komm, du bist doch nur so nett, weil du Angst vor den Amis hast. Der scheint einfach nur. Der will kein schlechtes Licht auf sich werfen. Ja, ja, stimmt. Darf ich das... Ach, nimm's nur. Ja, scheiße! Oh, nein. Das ist bloß, du findest mich anziehen. Ja. Vielleicht musst du anziehen, Winger. Hahaha, der war so gut. Ich bin total rattig auf dich, weißt du? Christoph, wirklich, verdammt guter Spieler. Also, das ist... Du hast mich... Du hast dich gut entwickelt, doch, ja? Ja, ja. Leer hat sich, glaube ich, die Game.com, wenn ich 18 bin, dann kann ich überall rein, in alle Spielsektionen. Ja, dann bin ich nirgendwo sicher mehr vor dir. Ah, heilige Guacamodo. Du, Herr Commander. Musch, langsam. Zack. Musch, bin fest. Ja. Schachtel Tralinen gefressen. Äh, du bist jetzt aber auch fest. Wow! Fuck you. Was ist denn mit dir los? Der hat doch trotzdem gewonnen. Ja, genau, deswegen. Ja, keine Ahnung. Ich hab vorhin noch ein bisschen mit David gespielt. Aha, du hast mit David gespielt. Nicht! Jetzt haben wir es auf Video. Jetzt gibt es keine Leugnung mehr hier. Ähm, ja. Die Zuschauer kennen David nicht. Ja, eben. Also, keine... Kein Spoiler für irgendwelche Leute, die keiner kennt. Doch. Ken. So, ich probiere jetzt mal hier oben ein bisschen zu campen. Aber es wird wahrscheinlich eh nicht gut gehen. Aber... Naja. Wow. Christoph, hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Oh. Oh, es hat doch geklappt mit meinem Campen. Juhu. Dreckscamper. Haha, ja, klar. Ich will ja jetzt sagen, wie das aussieht, was du gezeichnet hast, eh, wie Karl. Jetzt hängt es schon an. Christopher, du lässt nach. Ja, ja, macht ihr euch gegenseitig fertig. Ist okay. Ist okay. Ja, ja, genau. Alle auf Chris. Also, Chris ist der AXO 666. Jetzt ist er langsam. Genau. Jetzt bist du nämlich, hast du Speed genommen. Wow. Du. Alter. Ist doch nicht wahr. Was willst du den Zuschauern draußen vermitteln? Äh, äh, Finger weg von Drogen. Es sei denn, ihr seid alt genug und könnt darüber selber nicht sagen. Finger weg von Drogen, äh. Oder sonst werdet ihr so wie Christoph. Das ist die Beste. Genau. Nee, 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 nee. Ihr werdet schön fett, meine Freunde. Äh, genau. Äh, Alkohol, ganz böse Sache. Und... Ja, aber ich bin ein Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man zu viel trinkt. Also, von daher, äh... Ich bin, äh, ein 16-Jähriger. Ja. Aber ich muss sagen, so viel trinke ich jetzt auch nicht. Nein. Nein! Ich habe jetzt nicht nur noch wie oft du schon am Straßenrand gelegen hast und mich um einen Euro gebettelt hast. Dich? Ja, klar. Du gibst ja nicht deine Adresse an, das hätte ich schon, äh, wenn ich schon vor deiner Tür sitzen. Ja, dann frag dich mal, warum ich nicht meine Adresse gebe. Weil du Angst vor ihm machst. Ich hab da auch Angst vor ihm gemacht. Weg dich doch. Weil Christoph... Nein. Ich hatte jetzt halt im Urlaub nur meinen Vaters Bier weggedrungen, um den damit zu nerven. Oh, das? Ja, und einmal, äh, weil... Aber der hat mit geschmeckt. hast du schön gemacht grüßt hast du schön gemacht ich weiß abgeschüttet es gibt so viele aber jetzt ich kenne vier oder fünf christoph war ich auch und auch einen anderen christoph ich kenne gott sei dank nur ein christoph aber das ist schon genug ich will ja nichts sagen aber was ist los mit euch es gibt nie genug ich sage aber war es am anfang ganz schön schlecht mehr aber es gibt sie es gibt nie genug von mir stellt euch mal vor es geht mich in fünffacher edition das wäre eine berecherung der ador leck mich doch an der tisch alter an den tisch nehmen an den in der tisch ich dachte jetzt sagst du was wie pust oder so titeln ja christoph schön gemacht oh du hast ihn lieb ja ich muss ihn umarmen der arme kerl hat sich selber umgebracht in der tischung wie gut ihm war das alles zu viel wo glück gehabt okay wie der eiskalter durchkommt ich glaube er hat ja ja jetzt habe ich ja gespürt nein Egalo er hat war alle 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 akten die doch so ist es gibt es gibt es gibt es eine fission Prozent ich danke ja die Leute zum Thema Ulkia Sprache ich glaube dass gewünscht ja eine der eigene Regel der vier ist doch auch nicht das war keine gute Regel Ja Okay, gut, dann Ne, Chris So viel hast du davon aber jetzt auch nicht Chris, dein Daniel hat mich angeschrieben Oh mein Gott Wir bräuchten den nicht Noch ein verrückter Ja Obwohl, noch einer würde cool kommen Ja Wir sehen schon die ganzen Kommentare unten Oh mein Gott, oh mein Gott, ich gehe mich selber umbringen Ganz Das sind die geil Ganz YouTube rated uns Ja klar, kommen so in den Nachrichten Ja genau Und die NSA bedankt sich bei uns, dass die nicht mehr in den Nachrichten und Schlagzeilen sind Nö, die bedanken uns für die Unterhaltung Die bedanken sich für die Unterhaltung, die wir denen geben Ja klar Die feiern einfach alle mal Lache Du kannst dann, weißt du ja, wo du dann eine Kopie von deinem Video findest, ne? Ja, auf den Zentralrechner der USA Ja, fragst einfach, Leute Fickt euch Ach, Christoph, also das war Das war schlecht Ja Die feiern einfach alle meine Lache in Amerika Ja Das ist ja noch drei andere Panzer und ein Flugzeug findet den Tod Wow, wow, wow Ja, das war so Magnet oder so, ja? Weil er ja nicht allein sterben will Kommt zu mir, komm zu mir Chris, geh jetzt mal sterben hier, das geht lang genug schon Heilige Gott, der Geh jetzt mal sterben? NEIN! Scheiße! Nein! Oh Gott! Ah, du bist doch ein Wichser. Ich hab Glück gehabt. Ja, du hast echt Glück gehabt. Debi, bist du wirklich der Meinung, das bringt euch was, wenn wir langsamer sind? Nein. Ich hab's einfach genommen, weil's da war. So wie die meisten. Woah, 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 woah! Fuck, woah! Hiroshima! Da fällst du zu klug. Okay. Vergiss es. Woah! Das Star war jetzt gar nicht klug. So. Scheiße, mach Glück, ist fertig. Ich will ja jetzt nichts sagen, ne? Ich hab Scheiße gebaut. Ja. Ja. Lass doch den jetzt gewinnen. Ja, mehr konnte ich nicht machen, man. Äh. Wenn ihr alle direkt auf mich losgeht. So, Leute, wie gesagt. So, jetzt alle auf Chris. Kann man auch jetzt nur noch einen Kill, beziehungsweise einer muss sich jetzt nochmal opfern. Alle auf den blauen Schlupf. Sehr schön! Und wenn ihr das nicht machen müsst. Sehr schön. Es wird eine Verlängerung geben. Es braucht nämlich 3,5 Unterschied. Ah, ja stimmt, scheiße. Christoph, willst du grad kurz aufgehen? Ja, eben. Gib auf. Äh, ne, ich hab Ferien, Leute. Das geht schon. Ich hab auch Ferien. Aber das ist echt lieb von euch, dass ihr dran denkt. Ja, also. An was denken? Achso, ihr könnt ja nicht denken. Also Christoph nicht. Ebbbbbbbbbbb. Okay, komm. Mach mal von vorne. Fick dich, Sebi. Ja. Ja. Oh. Ne, was? Das ist kein Kunststück. Das war kackig nur noch. Oh. Tja. Dafür bist du jetzt so langsam wie ne Schildkurt. Und fett wie ne Altoma. Das war ganz weiß im Spiel. Ah. Und fett wie ein Abi, der 20 Burger gefressen hat. Babbabbabbabbá. Ich liebe es. Genau. Wow! Ach. Also, an dieser Stelle muss ich wirklich einen Applaus für Christoph geben. Hä? Ich hab ein New Achievement bekommen? Okay, wusste ich gar nicht. Also, anscheinend kann man hier in dem Spiel auch... Und dann, wie gesagt, am Ende des Spiels gewinne ich halt. Ne. Ich kenn's nicht anders. Wir wollen's ja sehen. Chris, wie lange haben wir dieses Spiel schon... Ja! Wie lange haben wir dieses Spiel schon nicht mehr gespielt? Weil du immer beleidigt warst. So, das war jetzt mein letztes Spiel für heute. Nein, das ist noch nicht vorbei. Im Ernst, Sebi. Ja, im Ernst. Verreckt, Sebi. Nein. Also, Leute. Ich hab das schon. Keine Sorge. Ja, ja. Hallo, Christoph. Ach, weck mich doch. Was hast du denn für einen Scheißhaufen gemacht? Ich hab das mit Absicht gemacht, dass ich ein bisschen spannender erwirte. Ja, natürlich. Ja, ja. Okay, so, das wäre erledigt. Chris, du musst jetzt gewinnen, sonst fick ich dich. Oder schick einfach David vorbei. Fick dich, Chris. Aber noch ne Runde, ne? Nur mal so. Ja, stimmt. Ja, ja. Es wird spannend. Es wird spannend. Ja, man muss halt immer zwei auf Abstand sein, um zu gewinnen. Und sonst geht das immer weiter. Ich bin alle auf den blauen Schlumpf. Ich bin kein Schlumpf, ja. Nein, nur nicht. Ein bisschen guacamole. Du bist Schlumpfine. Genau. Ja, habt ihr das gesehen? Das war like a Pro-Gamer. Ach. Fuck, ey. Wenn man zweimal umgekehrte Steuerung hat, ist sie dann wieder normal? Ja. Ich glaub schon. So. Oh Gott. Ja, eine ziemlich lange Runde. Ich glaub, das ist auch die einzige, die wir heute aufnehmen. Das glaub ich auch. Das ist die erste Runde, die eigentlich so lang dauert. Ja, ne? Die wird noch vor 3 Uhr morgens fertig, oder? Ja, genau. Ich weiß nicht. Guck, 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 guck. Ich bin langsam. Unfett. Unfett wie ein Ami. Das ist ein Zustand. Ja, hä? Was? Ach. Leck mich doch in den Tisch. Du darfst... So, jetzt alle auf Chris. So, jetzt wird's doch noch. Wenn der jetzt gewinnt noch, ne? Dann fresse ich echt ein Wesen. Und das filme ich, und dann zeig ich euch das auf YouTube. Ich hab doch bereits gewonnen. Und zwar die Herzen der Zuschauer, ja? Ah ja, aber... Ja, David ist der einzige Zuschauer. Ja. Ja. Und dessen Herz hast du gewonnen. Na, viel Spaß. Ja. Dieses Set kann ich in China verkaufen. Wuuu! Was war das? Nix. Alter Schwede. Das war gut, Christoph. Das war nicht gut. Doch, das war gut. Die Runde geht jetzt nämlich noch ein bisschen. So. Dann müssen wir jetzt mal hier noch ein bisschen... Ja. Ah, fuck. Ah ja. Wieder ausgeglichen. Ah, wie toll. Ich glaub, das wird mit 3 Uhr morgens nichts mehr. Ne, ich glaub auch. Wenn wir so weitermachen... Wenn wir so weitermachen, selbst mal Vista Games kommen hier. Ja, klar. Ja. Ja, Leute, wüsste... Gamescom ist irgendwie... Na ja, zu Ende gegangen... Ja, man muss doch immer einen aufs Klo. Jetzt kommt so. Ich hab mich gespannt, wer als erstes aufs Toilette muss. Jetzt kommt so. Wir kommen an die Gamescom. Ja, die Gamescom ist vorbei. Wuuuut? Alles verpe- Ohohoho! Ich hätt' eigentlich in die Kurve fahren müssen. Äh... Oh nein, das wird... NEIN! Große Kaka! Hätt' ich noch ein bisschen... Nein! Ah, jetzt auf Christoph! Hahaha! Es gibt's nicht, der Christoph ist normalerweise der schlechteste von uns allen! Weil der BDR ist ungerichtet! Ja... Okay, alle auf Christoph! Nicht auf mich, Chris! Bist du dumm oder so? Warum? Warum? Du siehst so lecker aus, so wie Gummibärchen! Ich seh' aus wie ein Scheißhaufen! Ich seh' aus wie ein Scheißhaufen! Ich seh' aus wie ein Scheißhaufen! Ein Romanchen Herr Scheißhaufen? Ja... Äh, oh, oh, ich dachte schon! Komm, ich mach dich richtig schön fett, wie wär's da? Ja... 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 Boah, ich hab echt so viele Burger gefressen, ey! Du wirst noch mehr fressen! Ja... Ja... Ich merk's auch! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Komm schon, Sebi! Mach Schlumpfine fertig! Und ich bin mal langsam! Und fett! Oh, jetzt will ich ja nix sagen, aber ich muss doch auch schon aufs Klo! Ahahaha! Pfff! Pass auf, der kommt raus! Ja, ich sehs! Oh! Der macht gleich 100 rumgefährte Steuerung! Ahahahahah! Schon wieder?! Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das war, Leute, das war eine, das ist jetzt wirklich nicht geplant oder so. Das war eine 20er Runde und wir spielen schon, als wären wir vier Leute. Boah, wie viele Fettdinger. Was geht hier ab? Hallo, Leute, was geht hier? Das ist doch echt ein Scherz. Boah. Du hast doch was zugenommen, was los? Äh, was ist das? Also, das hatten wir auch noch nicht. Nee, so viele Fettdinger. Ich muss das gar nicht nehmen. Wow, ich hab's ja durchgeschaut. Fett und schnell und jetzt sterbt ihr mal beide. Dankeschön. Endlich. Nee, immer noch nicht, okay. Jetzt auf den orangenen Fleck. Ja, ja. Auf den Gummibärchen. Ihr mögt nur keine Kacka. Wie sehen bei dir Gummibärchen aus, nur bei seinen alten Vergangenen? Wie sieht bei dir scheiße aus? Ja, ja. Ich hatte mal die Farbe. Oh. Oh, nein. Oh, nein. Sag das bitte niemals wieder. See, Christopher, mach das. Mach das fertig. Nein. Das war mit Absicht. Na, endlich. Hat aber auch lang genug gedauert. Ich hätte jetzt gewinnen können, aber ich hab mir gedacht, Leute. Hat aber auch lang genug gedauert. So, ich hab 27 Münzen, probieren wir mal Dings. Premium-Spiel. Ähm, ich versuch's, einen Moment. Wie viel, du brauchst 100. 100? Ach du Scheiße. Okay, ja, wollen wir noch ne Runde machen, oder? Habt ihr keinen Bock mehr? Nee, es ist egal, also. Ja, mir auch, Christoph. Jetzt hängt's an dir. Mir ist auch egal. Ah, komm, machen wir noch ne Runde. Okay, Nala. Ist das jetzt so lang gedauert? Was? Eins. Bam. Okay, weiter geht's. Und die nächste Endlos-Runde. Der Sprudel kratzt in der Kehle. Alter, nein. Ich dachte, ich hätte dich abgezockt. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch echt nicht wahr. Ja, ich kämpfe für Ungarn, siehst du? Ja. Hast dich da. Das war, Leute, kein Ungarisch. Das war irgendwas mit Kantonesisch oder so. Das war Seewisch. Ja. Na, was los? Was los, Christoph? Nix. Oh, Christoph. Christoph hat Scheiße gebaut. Welcher, Christoph? Ja, der blaue. Der Schlumpf. Wer hat gewonnen? Achso, ich dachte schon. Und wieder führe ich's. Ja. Aber wir... Wollte ich mal nicht so früh. Diesmal gewinne ich die Runde. Ja. Wir wissen im Moment aus Erfahrung, dass die jetzige Führung noch nichts heißt. Nein, 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 nein. Die jetzige Führung sagt schon was. Mhm. Ja, ja. Ich bin dafür, Rapp. Ja. Genau. Vorsicht, NSA beobachtet uns und das kommt richtig uncool, meinst du nicht? Ja, stimmt. So, Chris, viel Spaß. Christ, du scheiß Nazi. Aber echt, ey. Hä, langsam. Hä, langsam. Ah, ja. Wow. Schade, da komm ich nicht mehr. Wag es dich. Hallo. Wag es dich. Ja, hast du davon. Ich müsste mich gerade kratzen, deswegen. Hast du davon. Ja, würde ich auch sagen. Oh, schon wieder Gleichstand. Wir alle führen. Ich glaube, wir mögen uns. Ach, leck mich doch, ey. Oh, ich hab's Teil nicht getroffen. Ja, jetzt. Oh, meine Gott. Das ist nicht gut. Das war gut. Chris, äh, Christopher, die Steuerung ist normal oder nicht? Nee. Nein, die Steuerung ist natürlich nicht normal. Sie verlängert sich. Nee, was? Ihr müsst noch länger mit der umgekehrten Steuerung spielen danach. Ach, echt? Ja, klar. Okay. Oi. Ja. Ha, 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 ha. Es ist spät, Leute. Es sollte schlafen. So, Christoph ist eine Runde auf Speed und fett. Und jetzt gleich kriegt er noch ein schönes Geschenk. So, bitteschön. Nein, nein, nein. Oh, nein. Also, ich würde das Geschenk reklamieren lassen. Ja. Und ich dachte, ich... Ich bin da so wirklich. Pfff. Du hast doch Kevin gehört, oder? Also, wo bin ich da? Hätte ich gehört. Hau doch ab, ey. Nein. Hä, du hast einen Pus gemalt. Ja. Ja. Nee, ich hab einen Scheißhaufen gemalt, oder? Nein, was? Ich verstehe echt nicht. Ja, ist doch so. Guck euch das doch an. Ja. Viel Spaß. Ay, ololololololololololo. Aha, loser. Loser. Pfff. Du bist ein guter Spieler, Sebi. Ein guter Spieler. Na auf dem zu schmeicheln, du. Jetzt hör auf, like a gentleman zu heucheln. Ich bin so. Ja, du bist so. Natürlich. Aber ich will ja nichts sagen, aber du hast so fester... Ja, ja. Aber schöne Schleife, die ich da gemacht habe. Äh. Ich liege im Auge des Betrachters. ja es ist abstrakte Kunst ach so ja wenn das so ist, ne? hau doch einfach ab hier! ach du bist doch gegen dich gefahren! nein, nein! so naja der war gut, muss ich sagen das überrascht mich das so, als würdest du jetzt einen auf Gentleman machen Lass mich, ich lade schließe ich das Video hoch, also muss ich auch ein bisschen schleimen gar net du bist nicht der, den du zu vorgeben zeigst was? was? ich weiß auch nicht, was ich gesagt hab, lass mich so wow nimm mal grad dir Gummi, danke aus oh nein jetzt ist er wieder bei Meckes pfff ahahaha oh man oh ach Leute ich will auch mal wieder mitspielen pfff nein willst du nicht? du darfst nicht mehr ooooh seid ihr beleidigt? ja Ich hab dann nur noch die ganzen Dinger gesehen Ich wollte alles einsammeln Ah, die Dinger Die Dinger Dicke Dinger Fick dich Scheiße Ich bin stolz auf dich Deine Mutter ist auch stolz auf mich Sie sagt ja sogar, dass du verrückt bist Ja, ja Das heißt, es ist nicht gut Lol 8, 7, 6 Würde ich dann auch sagen Ja, es war wirklich 6, 7, 8 Ich bin schon wieder am führen Ja, noch Ja, 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 noch Gleich hab ich gewonnen Ja, schneid sie bitte den Weg ab Genau, genau so Was wollt ihr von mir? Ich mach gar nix Ja, genau so Warum geht's hier auf den Uploader drauf? Warum geht ihr immer auf den Uploader drauf? Alles nicht anders verdient hat Ja, ja, natürlich Aber ich bin immer noch am Leben Ja Wenn du jetzt skinhead bist Ja, und? Wir gucken gleich nicht mehr so lange Ein Moment Ja, ich weiß, was du machst Und nochmal das Wie er überall durchkommt Ja, ja So ein Lacker So ein Lacker, ey Echt voller Lacker Ja, komm zu mir Ja, ja Ich will nicht kuscheln Lass mich doch mal in Ruhe Hi, mein Name ist Ritter Ja, komm trotzdem raus Ich bin geil gestorben Ich bin mich schreitig Was war das? Unfassbar Wie hast du denn das geschafft, Sebi? Ich weiß es nicht Ich war auf Drogen Keine Ahnung Aber sag's was Wie, äh Die Zuschauer sollen Finger von Drogen lassen Ja, die Zuschauer Das heißt nicht, dass ich die Finger davon lassen soll Oh Hast du dich geoutet? Nicht, dass du noch Angebote Außerdem bin ich Kein Jugendlicher mehr Wie? Außerdem bin ich kein Jugendlicher mehr Ich darf Drogen nehmen Ja, ich darf auch Alkohol trinken Ich darf das Wahlmüte Was willst du, Chris? Äh, nix Äh, ich hätte gerne einen doppelten Cheeseburger Genau Ja, komm, krass Wenn der Gladiator von diesem Platz gehen wird Wenn hier USA zuguckt, der kann man gerade einen Cheeseburger bestellen Hallo, Herr Obama Wir hätten gerne einen Cheeseburger von Ihnen Mit Signatur Ja Oh, das wär... Ich würd's nie essen Ich würd's schimmeln würde Ich würd's da so in eine Box aufbewahren Naja Was hab ich denn da gemacht? Sehr gut habt ihr das gemacht Sehr schön Wer möchte verprügelt werden? Achso, der Sebi, ja dann Ja, versuch's doch einfach Ja, ja, ja Lass den... Lass den vergammelten grünen Fleck gewinnen Hey, hey, das ist meins, das ist meins Ach, komm schon Boah, wie viele Items Noch mehr, noch mehr, noch mehr Ja, noch mehr Hey Hey, du lieber Junge Schenk' ich dir Schenk' ich dir Oh, fuck Schenk' ich dir Oh, fuck Ja, ich will ja nix sagen, ne? Aber ich bin am Gewinnen Ne, nicht mehr Äh, ja, doch, ich aber Ne Ach, doch Ja, ja So Und Fett Keine Sehr schön, Chris Sehr gut Nein, danke schön Ich nenne es Das Blau-Grüne-Orangene-Ding Gefällt mir Mein Mein Wert Mir gefällt's nicht Es sieht aus wie so ein Clown Wee Wee Was war das gerade? Ich war richtig aufs Beat Es sah aus wie so ein Punkt, der gerade so einen Anfall bekommt So einen epileptischen Epileptische Anfälle Ach, scheiße Ich hab gehofft, dass dann, äh, hier ist Oh mein Gott, oh mein Gott, was ist los, was ist los? Ne, ich hab gehofft, dass das unsichtbare Ding nur weggeht Und er dann irgendwo reinfährt Aber dann klappt Ne, ich hab das CS geholt Das kriegt einfach einen epileptischen Anfälle Oje Boah Uh Der war schön Und der, das ist nicht gut Nein Guck mal hier Slow motion Ja, hör auf anzugehen Ja, hör auf anzugehen Debis am Gewinn, das ist heiß Ja, mal wieder Ja Mal wieder Ihr kriegt mich nicht, vergisst es Vergesst es Ja, auf mich losgehen Ja, weil du auf mich losgehst Das stimmt gar nicht Wir treffen uns rein zufällig Ja, ja War halt sowieso alle auf mich los Okay, das ist jetzt schwierig Aaaaaaahhhhh Scheiße Und tschüss Ja, der Kristoff hat wieder Ach du Arm Äh, lol Sehr schön Sehr gut Boah, da hab ich zu Glück, äh, ich hab mich nicht aufgepasst Könntest du nicht Früher sterbe Nein So, jetzt Und wieder heißt es, alle auf dem Sebi Ja, immer auf die Kleinen Immer auf die Uploader Ah, was hab ich grad Äh, immer nur auf die, immer auf die alten Leute Ja Was hab ich grade, sag mal Das war jetzt aber nicht Klug Also Das war wirklich nicht Klug Äh, alle Ich dachte, ihr wärt so erzogen worden Dass ihr Respekt vor den älteren Menschen hättet Äh, falsch gedacht Nöööö Assi-Kinder Ja klar, hallo Assi-Kinder bei RTL Guck dir meine Jugend von heute an Was willst du da erwarten? Die Jugend von heute redet grad mit mir Er sieht jetzt folgendermaßen aus Ja, wenn Sebi jetzt nicht sofort stirbt Auf der Stelle, ja Dann hat er gewonnen Die Jugend von heute redet grad mit mir Also, ich kann die nicht angucken Ich hör sie schon Wen hörst du? Die Jugend von heute Die Juden? Die Jugend! Was bist du für ein Nazi? Ich bin kein Nazi Schämt die Sebi Was? Ja? Jawohl Wille ist, pass auf Jawohl, Kameraden Jawohl, Genossen Nein Fickt euch doch einfach Äh, nee, nee Äh? Was nicht, irgendwie Ich weiß auch nicht Sterben Nein Ah, nein Sehr gut Sehr gut Okay, Leute Das war mein letztes Spiel Und wieder gewonnen Und das Das übliche Ergebnis Würde ich mal so sagen Ne? Äh, nein Eigentlich nicht Aber hey Ich hab ganze 13 Münzen bekommen Ja, ich hab 20 Willkommen Spielen wir noch ne Runde Dann machen wir beim nächsten Mal weiter Nächstes Mal Alles klar Ja, dann Äh, würd ich sagen Heißt zwar Abschied nehmen Okay Äh, gut, Freunde Wenn euch das Video gefallen hat Und ich hoffe, es hat euch gefallen Liken, favorisieren Ja, genau Abonnieren Liken, disliken Haten Kommentieren Was auch immer ihr machen wollt Der Alltag von YouTube Richtig, genau Und ich sag von mir aus Tschüss Tschüss Tschö Tschüss